Es ist echt nur die Entfernung, die zählt, ne? Das ist unglaublich. Und der letzte Trick, hoffentlich. Also, Entfernung und Zeit, das sind, glaube ich, die beiden entscheidenden Faktoren. Und wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Okay. Wir haben sie da und, oh mein Gott. Wir haben jetzt dafür gebrochen. Oh, 20 Minuten bestimmt, denke ich mal. Viertelstunden, 20 Minuten. Kapuff. Komm, egal. Ich will das nicht mehr sehen. Es reicht. Finished. Interessante Kameraperspektive. Ist ja schon wieder, ich sehe jetzt schon Musik. Am Rathaus wegen Karneval, ne. Also, jetzt ist nur die große Preisfrage, ne? Was ist mit den fehlenden Kristallen? Weil im Endeffekt bin ich jetzt hier schon genau richtig. Warum nehme ich... Ich gehe jetzt erstmal hoch, komm. Doings. Irgendwo gibt es hier einen Hebel, den soll ich auf jeden Fall betätigen. Hier gibt es auch nichts mehr, ne? Ja, komm. Wir machen es einfach mal. Bis zum ersten Mal. Hand over that Black Power Gem. Hey, who you call it sour? Oh, man! That wretched Bandicoot foiled my plan for this amusement enterprise as the ideal strategic cover. Yes, my lord. Stop having fun! Obliterate them! I hate chicken. We'll meet again, Crash Bandicoot! And to the victors, don't the spoils. Congratulations, Bandicoots! Thank you, Mr. Chicken Man. This is really cool and stuff, but we'd like to return the park ownership where it belongs, to Ebenezer Von Clutch. That there's right darn neighborly of you. But I don't think it's gonna do him no good. But now that his Black Power Gem is gone, it's time for ol' Ebenezer to drive that demolition derby in the sky! Good save! ... Pachtelieber, I'm feeling wonderful, ja! Gosh, my boy, I owe it all to you. Danke schön. In fact, three lifetime passes to all the bandicoots. Ja! Peep, peep, hooray! Peep, peep, hooray! Peep, peep, peep! Peep, 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 pe gibt es irgendwo ein New Game Plus oder hat es jetzt irgendwas eröffnet, wo ich jetzt hinkomme oder sonst irgendwas. Weil ich kann jetzt hier wahrscheinlich nicht, ne, kann ich da jetzt nicht drauf zugreifen. Ähm. Fuck, man. Kann ich nochmal hochfahren irgendwie? Ne, ne? Das ist aber ärgerlich. Weil ich würde es eigentlich schon gern fertig machen jetzt hier, ne? Ich weiß nur, dass ich hier, glaube ich, in der Hauptwelt ähm, noch nicht wirklich irgendwas gefunden habe. Was aber natürlich nichts heißt. Äh, ne. Hier ist auch nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Um besten Willen nicht. Lass uns mal einmal kurz, äh, nochmal hier speichern. Der hat zwar gerade gespeichert. Äh, und nochmal auf unseren Spielvortritt schauen. Was es da jetzt noch fehlt. Also laut meiner Rechnung müssen uns da ja noch, wie weiß ich, irgendwie sechs Kristalle fehlen oder so. Und ich meine, da war ja auch noch ein, äh, Outfit, was uns fehlt. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was ich mithilfe des, ähm, Cheats freischalte, der, den ich euch auch noch zeigen wollte. Da gibt es nämlich auch tatsächlich ein Outfit. Aber wenn wir schon mal im Hauptmenü jetzt sind, dann können wir das auch mal eben machen. Die Cheats. Äh, aha. Ah, ah. 97 Prozent, ja. Ja, jetzt sind sechs und ein Outfit, was mir fehlt. Sechs Kristalle und ein Outfit. Habe ich irgendein Rennen noch nicht gemacht? Ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, Rennen haben wir natürlich schon alle fertig. Hm. Scheiße. Da muss ich irgendwas anderes übersehen haben. Oder gibt es dann, warte mal, wovon gibt es dann sechs Stück? Gibt es sechs Minispiele? Sind das sechs Stück, die es gibt? Gibt es noch irgendwie eine zweite Challenge? Aber das kann ich ja eigentlich hier finden. Ne, ist auch eine Stunt Arena. Ha, okay. Komm, wir gehen erstmal in den Park nochmal rein, dann gucken wir uns das nochmal an. Ach, scheiße. Ich wollte doch die Cheats eingeben. Haha. Wo was mir am meisten wurde, ist, dass mir noch ein Outfit fehlt. Wo habe ich denn eins noch nicht gekauft? Eigentlich müsste ich doch. Oder ich, ja, vielleicht bei Mystery Island, aber... Ey, kann ich mir ja auch nicht vorstellen. Oh, soll man da nochmal hintingeln? Komm, wir tingeln da eben nochmal hin. Weil ich, also ich behaupte mal, die anderen habe ich eigentlich schon relativ... äh, verantwortungsbewusst durchgeackert. Vorbei ich da ja auch schon, zu dem Zeitpunkt dann ja schon wusste, was mich alles im Level immer jeweils erwartet. Aber, fuck, man. Das regt mich gerade ein bisschen auf, ne? Dass ich nicht hinbekomme... Äh, beziehungsweise, dass ich es nicht hinbekommen habe, direkt alle Kristalle zu holen. Und, also, das ist... Wobei, das ist eigentlich halb so wild, ne? Aber was mich noch mehr aufregt, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo die restlichen sind. Das ist halt schlimm an der ganzen Geschichte. Ja, wobei, okay, hier habe ich eigentlich auch zig Jahre verbraucht, um ehrlich zu sein. Scheiße, ey. Oh, ist das nervig. Wie ist dir das denn nervig? Hm, hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm. Scheiße. Oh, mein Gott. Nee, natürlich war ich hier überall. Eigentlich war ich überall, überall wegen der Chicken Challenge. Da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig. Fuck, man, ey. Ich bin jetzt ja auch ein bisschen, äh, ratlos, ne? Gehen wir mal erstmal zu dem Ballonmännchen. Was machst du nochmal? Äh, Dayoramas. Habe ich hier eigentlich jetzt alle freigeschaltet? Da habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Aber ich glaube, mir fehlen jetzt wirklich nur noch die beiden Sachen, die ich genannt hatte. Hä, was geht? No, 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 no. Keine Kristalle für uns. Ja gut, dann habe ich im Ernst dann leider überhaupt gar keinen Plan. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Hätte ich einen übersehen, hätte ich gesagt, gut, irgendwo, irgendwo was zum Einkaufen oder sowas. Nein, es gibt 15 Strecken. Ich hätte sonst gedacht, jedes Rennen nochmal machen, vielleicht auf schwer. Vielleicht gibt es dann... Aber warte mal. Aber kann ja eigentlich auch nicht sein. Weil, äh, ich habe jetzt gedacht, weil wir für die Rennen selbst ja zwei, zwei, äh, Kristalle bekommen haben. Das werden wir die vielleicht auch schwer spielen. Dass es dann nochmal einen Bonus gibt. Aber das ist, glaube ich, ja nicht der Fall, ne? Also abgesehen vom Goldbonus. Ne, ist alles fertig. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht haben wir ja irgendwo mal was übersehen. Aber das sieht auch nicht so aus. Nee. Fuck, ey. Das ist echt traurig. Nee, alle Strecken fertig. Alle Outfits fertig, alle Strecken fertig. Fuck die Hände, ey. Echt. Boah. Ne, ich bin gerade ein bisschen planlos. Also ich werde das natürlich noch nachreichen, klar. Aber ich muss mich dann erstmal informieren, weil irgendwas scheint ich hier nicht beachtet zu haben. Ich habe echt gar keinen Plan, was das sein kann. Und das ärgert mich. Ein wenig. Oh, mit einem Outfit? Also da wüsste ich auch überhaupt gar nicht, wo ich da was übersehen haben könnte. Wobei Outfit ist noch okay, weil das ist nur eins, ne? Ich glaube auch nicht, dass man die jetzt mit dem Cheat hier freischalten soll. Hast du mir noch irgendwas zu erzählen vielleicht? Es sind ja auch sieben Charaktere, ne? Also da heißt es jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie für jeden Charakter noch irgendwas machen kann. Fuck. Ja gut. Komm, dann zeige ich euch heute zumindest schon mal die Cheats. In der Hoffnung, dass das Spiel ja nicht gespeichert wird. Weil ich glaube eins, äh, einen von den Cheats wird dann schon, ja nicht das Gameplay verändern, aber wahrscheinlich dauerhaft, äh, aktiviert sein. Fuck, ey, das regt mich auf. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, dass ich, äh, wäre das jetzt der Punkt gewesen, wo ich von dir auch wirklich ausgegangen bin. Weil wir haben, in den Rennen, in den Rennen haben wir wirklich alles geholt. Wir haben alles geholt an, äh, Kristallen, die wir so gesehen haben. Da möchte ich nicht ausschließen, weil wir da was übersehen haben, aber nicht keine sechs Stück. Das will ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Wir haben alle Edelsteine gekauft, die wir kaufen konnten. Äh, das gleiche gilt auch für die, für die Outfits. Ne, Diorama fehlt mir auch noch eins. Echt? Boah, okay. Also, ein Outfit, ein Diorama und sechs Kristalle. Und die Kristalle ist, dass wir mit Bauchschmerzen bereitet. Hm. Werde ich, werde ich mal schauen müssen. Ich hab wirklich keinen Plan. So, dann mach ich jetzt einmal ein paar Cheats fertig. Und zwar muss man dann hier nämlich im, im Hauptmenü sein. Wo ist das denn mal Hauptmenü? Das ist das Hauptmenü, genau. Wo ist das das Hauptmenü? Ne. Wollen wir, das ist das Hauptmenü. Und zwar, er hat so einen Ernst gedrückt halten und dann Vierkreis, Vierkreis. Okay, ich hab keine Bestätigung bekommen. Wollen wir jetzt mal den hier? So. Auch keine Bestätigung. Auch keine Bestätigung. Haben wir auch nichts freigeschaltet. Okay, weil normalerweise sollte man... Ah, guck mal hier. Extras. Was hab ich denn jetzt hier noch? Connect to place and porten will ich nicht. Movie Gallery. Powertweas Revenge. Ist das irgendwie sortiert? Ne, überhaupt nicht, oder? Ne, überhaupt gar nicht. Wo ist der denn? Krieg ich ja wiegst mal einen Tipp oder sowas? Ja gut, das ist ja auch so ein Diorama, würde ich sagen. Gut, hab ich vielleicht mal auf der Dings gesehen und dann hab ich gedacht, gut, krieg ich noch. Track Secrets hab ich alle. Gags. Da können wir garantiert noch welche. Die hab ich natürlich alle. Super. Das ist ja lustig. Enter sind Dummkopf. Das gefällt mir. Ah, Mann, 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 Mann. Aber find ich cool, dass man die jetzt auf jeden Fall sich alle nochmal anschauen kann. Dann schauen wir mal, ob die Cheats jetzt irgendwas gebracht haben. Enter the Park. Oh, yeah. A walk in the park. Ah, wo können wir denn noch ein Diorama finden? Also, das wär ich auf jeden Fall. Ich werde immer, äh, offscreen alle Level durchrennen. Dann mach ich jetzt gleich, glaube ich, direkt im Anschluss. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen Adventskalender machen, aber das mach ich, glaube ich, morgen. Dann nehm ich morgen, glaube ich, mich nicht auf. Ich wollte morgen eigentlich Tony Hawk aufnehmen, aber ich dachte, ich werd hiermit auch fertig. Weil eigentlich, 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 wo bin ich hier gerade überhaupt? Retten wir, äh, die Möglichkeit in meinem Bauch, Nabel. Ne, eigentlich haben wir die Möglichkeit, jetzt nämlich, ähm, den japanischen Crash-Skin zu aktivieren. Oh mein Gott. Nur leider scheint der Cheat nicht funktioniert zu haben. Ich hab auch nichts gehört an... Uh, komm ich jetzt hier hin? Hab ich auch nichts gehört an meine Bestätigung oder sonst irgendwas. Jetzt komm ich doch in die Rennstrecken rein, ne? War das so? Ja. Einfach irgendwas. Ach, der Opa redet mit mir. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne. Hat leider nicht funktioniert. Ja gut, dann ist es halt so. Ich versuch's hier nochmal, Moment. Ne, ups, falscher Knopf. Mein Fehler, Entschuldigung. Und, nix passiert, okay. Hier. Auch nix passiert. Gut, dann funktionieren die Cheats offensichtlich irgendwie nicht. Oder ich hab irgendwas falsch gemacht. Im Endeffekt soll man nur Elders und Ernst gedruckt halten und dann vier Kreis, vier Kreis drücken. Aber klappt vielleicht doch nur bei der US-Version. Das sind ja alles Sachen, die wissen wir gar nicht. Hey, ist auch alles dicht. Ja gut, ich, ich werd mal, äh, mir versuchen, Mühe zu geben, mir herauszufinden, wo ich jetzt hier noch die restlichen Sachen finde. Ähm, notfalls muss ich wirklich im Internet nachgucken. Das heißt, ich geh mal davon aus, die nächste Aufnahme wird eine relativ kurze werden. Ähm, weil wir dann wirklich nicht mehr allzu viel zu tun haben. Vielleicht haben wir noch ein komplettes Rennen zu fahren. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich kann's mir nicht vorstellen beim besten Müllen. Jedenfalls, äh, ja. Werde ich erstmal die Dilemma durchrennen. Ähm, ich nehme mal das fehlende Diorama und wahrscheinlich noch das fehlende Outfit werde ich finden. Bei den Kristallen sehe ich wirklich schwarz. Aber ist halt so. Muss man es so immer machen, ne? Gut, Freunde. Ja, das war's dann auf jeden Fall für heute. Hat leider nicht ganz für den Abschluss gereicht, aber für den Abschluss der Story-Mode auf jeden Fall. Die Endsequenz haben wir jetzt schon mal gesehen. Äh, was jetzt nur noch fehlt, ist jetzt noch die restlichen Sachen zu holen. Äh, die uns jetzt noch fehlen. Ist ja auch nicht mehr so viel. Da muss man auch dazusagen. Und, ähm, ja, ich werde in der Zwischenzeit auf jeden Fall mal schauen. Offscreen. Äh, wo der restliche Gedöns hier abbleibt. Ne? Wie gesagt, die Sachen, wo nur jeweils eins von fehlt, ist mir scheißegal. Ist kein Thema. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich da was übersehen habe. Aber sechs Kristalle. Ne? Das ist ja schon... Es sei denn, die sind alle auf einem Punkt. Dann kann ich das auch nicht ausschließen. Aber sechs Kristalle. Das ist so viel. Ja, will ich gar nicht sehen hier irgendwo. Haben wir doch schon mal. Ach, hier habe ich eigentlich auch so viel Zeit verbracht. Ich kann hier auch nichts übersehen haben. Ja, egal. Gut, Freunde, ne? Äh, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, ich hoffe mal, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, das wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, wirklich noch ein Part werden. Ähm, wenn es noch ein Rennen wird, wird es noch ein Zweiter werden. Mindestens wahrscheinlich. Ähm, aber viel mehr müsst ihr eigentlich auf jeden Fall nicht erwarten. Wir sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr kurz vor dem Ende. Gut, ne? Also, haut rein bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.